Der Baby, der hat Glück, er schaut mir mal zurück. Das Publikum geht aus, das sieht man auch von draußen Und im Dunkeln und im Stillen ist dann erst der Autopit Das ist ein bisschen zu machen, das ist ein bisschen zu machen Ja, das ist ein bisschen zu machen, das ist ein bisschen zu machen Entschuldigung Entschuldigung Der ist zu wenig, der ist der eigentliche So, schau, du hast Hast du vielleicht Glück? Boko-Sauce und Barmille-Sauce und Paradise-Sauce In der Mitte nimmst du eher hier, Alina Ein bisschen mehr, ein bisschen links Ein Tisch So eine Kühle Mach die Bewegungen, Adam Ein Tisch Ha-Ha-He-Hie-Hop-Huuu Freikarte Für Eingefahrt und Ja! Das ist das Ende der Party, ja? Ihr seid noch voll im Partyspiegel Ihr seid lieber hier Das letzte Das letzte noch nicht, aber das wird noch nicht Das ist ein bisschen rausgefallen Ist Ihnen etwas passiert? Ja Was für ein Blut Oh Sehr Sehr Ja Sehr Was für ein Blut Ein Blut Ein Blut Ein Blut Ein Blut Also, weiter geht's Noch mit dem Schluss-Rap Eine Weile, dass du langsam auf bist Ja, das ist gut Ja, das ist gut Ein Blut Oh, braun Was ist denn da rausgekommen? Besser Ohhhh F*** 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 Dann langsam auflaufen, erst wenn ihr den Text sagt. Ich gehe da. Jetzt gibt es ein Kampfer stehen da. Nehmt meine Kruppe zum Kampfer. Dann habt ihr nochmal schon von hinten das Brottskonto zum Auflaufen. Wir machen das jetzt nochmals von den Tauchern weg. Dann schwindet ihr nach vorne, ohne dass ihr so schnell seid. So muss es dann schlimmer sein. Könnt ihr kraulen oder Brottschwingen. Ich habe immer, immer Glück in meiner Gäste. Danke euch, wunderbar. Bitte gute Generalprobe. Super, super. Sehr gut. Eins, zwei, drei. Super. Ich danke euch, ihr seid zu meiner Seite entlassen. Es hat so viel Spaß gemacht, mit euch alle zusammenzuarbeiten. Die Geschichte, die Zimmer im Eiland ist. Das erzählen die Geschichte, mit einer jenigen Art Glück. Und von einer ganzen jenigen Familie. Ja! 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 Und wenn ihr das ganze Stück sehen wollt, dann kommt sie ins Dschungeltheater. Die Termine sind hier. Und Schluss! Und auf! Und auf! Und auf! Und auf!